Also um eine Aktie jetzt über die Matrix oder über das Chart Trading zu handeln, werden wir jetzt zwei Beispiele für den Einstieg sowie auch für den Ausstieg dann im Folge dessen vorführen. Wir haben hier den Intraday Chart und die Matrix für den Titel VMW. Und im Chart sollten Sie mit der rechten Maustaste reinklicken und das Chart Trading aktivieren. Ich zeige ja die verschiedenen Varianten. Also die erste Variante, ich denke das ist wahrscheinlich auch schon jeder kennt, ist mal ein einfacher Einstieg. Gehen wir mal hier im simulierten Bereich mit 100 Stück in den Markt. In der Matrix haben Sie auf der linken Seite die Bit-Size mit den Kaufpreisen oder mit den Kaufgeboten und auf der rechten Seite die Ask-Size mit den Verkaufs-Orders. Jetzt können wir uns dementsprechend hier platzieren, wenn ich die oder die Aktie jetzt sagen wir mal zu 58,30 kaufen möchte, klicke ich es zu dem jeweiligen Preis hier in den Markt. Was in der Regel ist, ist es ausgeführt wird oder wenn ich es gleich ausgeführt haben möchte, kann ich es dann auch hochziehen. Je nachdem, wenn ich jetzt direkt einen Verkäufer anspreche, bekomme ich direkt die Ausführung. Dann sehen wir das auch dementsprechend im Chart dargestellt. Und jetzt hat man die Möglichkeit entweder nachgelagert nur einen Stop einzugeben. Dabei immer wichtig darauf zu achten, wenn man die Position länger hält, die Duration auf GTC einzustellen. Nicht GTC Plus, für Stop-Orders immer nur GTC. Dann kann ich hierher gehen und sagen, okay, sehe den absoluten Verlust, möchte nicht mehr als 40 Dollar riskieren, kann meinen Stop hier dementsprechend platzieren. Wichtig hierzu, dass Sie die Einstellung oben Auto Limit Stop gewählt haben, dann wird hier automatisch ein Stop gesetzt, wenn Sie unterhalb des Preises sind, oberhalb natürlichem Gewinn, dann ein Limit-Orders. Also da müssen Sie nichts umstellen. Das geschieht mit dieser Einstellung Auto Limit Stop automatisch. Das Einzige, worauf Sie noch achten sollten, ist natürlich hier die Stückzahl, 100 Stück, so viel wie wir hier in dem Sinne gehandelt haben. Mit diesem Button P können Sie sofort die Stückzahl einstellen. Also wenn ich jetzt aus welchen Gründen auch immer versehentlich eine andere Stückzahl habe, würde ja die Ode ja nicht akzeptieren. Deswegen kurzer Klick auf das P und wir können mit der Stückzahl, die wir aktuell bei dieser Position offen haben, hier unseren Stop setzen. Dann sehen Sie auch den Stop rechts im Chart. Da wir das Chart Trading aktiviert haben, kann man dann im Nachhinein noch sagen, okay, ich möchte es vielleicht unterhalb der letzten Tiefkurse setzen. Das muss ich immer dementsprechend am Chart orientieren kann. Bei längerfristigen Positionen ist es sicherlich dann sinnvoll, auch hier einmal zu schauen, was auf längerfristiger Basis die Stop und die Tief- und Hochkurse sind, dass man dementsprechend unterhalb oder oberhalb diese Kurse daran anpassen kann. Das ist erstmal die einfache Form, jetzt nur ein Stop. Dann sind Sie auf jeden Fall abgesichert gegen stärkere Bewegungen nach unten und werden so das Risiko minimieren. Wenn man jetzt gleich in beide Richtungen, sprich mit einem Stop und einem Target in den Markt gehen oder sich im Markt absichern will und auch gegebenenfalls bei Aufwärtsbewegungen gleich einen Gewinn mit realisieren möchte, wäre es in der Form dann wie folgt, dass man mit einer OCO-Oder arbeitet. Das Ganze dann über Exit 1L1S. Für diejenigen, die später hinzugekommen sind, wir kommen gleich noch zu den Einstellungen, was General Motors oder auch OSO anbelangt. Nur kurz hier eine Erklärung in TradeStation zu den einzelnen Ode-Eingaben. Bei OCO das gleiche Prinzip, Exit 1L1S einzustellen. Hier über diesen Button mit den drei Punkten können Sie dann noch die Abstände vorab einstellen. Die kann man auch vorab so definieren, dass sie weit genug entfernt sind, sodass man im Nachhinein nur diese Orders verschieben muss. Sie sehen jetzt hier Stop und Target. Wenn ich auf den Button Place OCO klicke, kann ich dann zum Beispiel hier das Target an den Hochkurs setzen, den Stop-Kurs dementsprechend etwas nach unten justieren. Das gleiche gilt natürlich auch hier mit Exit 1L1S im Bereich des Chart-Tradings. Ich verwende in der Regel die Matrix und passe dann die Preise dementsprechend lieber in den Chart an. Natürlich geht das Ganze auch in der Matrix, kann ich die Order dementsprechend genauso verschieben und dann an dem Verlustrisiko, das ich hier sehe, absolut dementsprechend das Ganze mit anpassen. Also das wäre die Vorgehensweise, wenn man es in der Form manuell einsteigt, also mit einer Order und dann im nachgelagerten Gang die Stop- und Targetpreise für die jeweilige Position ergänzen möchte. Die nächste Variante wäre das gleich an den möglichen Einstieg mit dran zu hängen, also quasi den Einstieg mit einem Stop- und mit einem Target zu koppeln. Auch das möchte ich nochmal kurz präsentieren. Hierzu ist die, müssen wir natürlich erstmal eine andere Aktie wählen, da gehen wir einmal auf Facebook. Hierzu Attached OSO, also da kann man gleich an den Einstieg, an den möglichen Einstieg, den Ausstieg mit koppeln, Exit 1L1S, also dass für den Ausstieg ein Limit und eine Stop-Oder generiert wird, auch hier über die drei Punkte vorab schon einmal die Abstände zu definieren. Man kann das auch direkt eingeben und dann später wie gewohnt im Chart verschieben. Wichtig ist, dass der Haken hier gesetzt ist und dann, wenn ich jetzt Facebook zum Beispiel günstiger kaufen will, vielleicht am Tag ist tief. Dann sehe ich hier grün markiert, den ist das Limit und das Stop, das ich auch wieder hier entweder in der Matrix oder im Chart verschieben kann. Wir müssen den Chart noch etwas zusammenschieben, dass die einzelnen Odors auch sichtbar sind. Wenn man auf einer längerfristigen Basis arbeitet, sind die natürlich, oder sogar auf der Tagesbasis sollten die Odors immer zu sehen sein. Also hier sehen Sie meinen Einstieg, dieses Limit und dann Stop und oben das Limit, die nachdem das hier ausgeführt wird, also nachdem es zum Einstieg kommt, in der Form dann aktiviert werden. Das wäre die Variante, wenn man jetzt nicht sofort einsteigen möchte, sondern zu einem gewissen Niveau, dass man dann mit dem Haken Attached OSO den Stop und Target gleich mit hinten dran hängt und dementsprechend, wenn es dann dazu kommt, hier die Ausführung bekommt und dann den Stop und Target sofort den Markt hat. Auch hier das Ganze wichtig, wie gesagt, mit GTC, dass die Odors dementsprechend im Markt bleiben und dann immer im Chart schauen, dass Sie die Kurse auch dementsprechend hier anpassen. Und da empfiehlt es sich hier, an den jeweiligen Tief- und Hochkursen sich zu orientieren.